Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich hab das Grab eines Seffo-Waisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Seffo zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookie-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookie, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hatte ich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch hab ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan-Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordoba und sein Ziel. Bei ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Der Padawan? Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen.